Wir lesen im Neuen Testament ab und zu, dass Jesus Menschen direkt befahl, seine Identität geheim zu halten bzw. über seine Identität stillschweigend zu bewahren. Warum ist dem so? Einerseits wirkt Jesus überhaupt nicht geheimnisvoll. Es ist wichtig anzumerken, dass Jesu Gebote zum Schweigen Teil eines umfassenderen Musters sind, bei dem er sich gleichzeitig offenbart und dennoch schrittweise offenbart. Das bedeutet, noch geheim hält, wer er ist. Er wird sichtbar vom Heiligen Geist gesalbt und vom Vater zum Sohn erklärt. Markus 1, 9-11 verkündet das Königreich, das Evangelium öffentlich in Galiläa 1, 14-15, führt mehrere Heilungen in der Öffentlichkeit durch, z.B. 1, 34 und 2, 1-12, beruhigt den Sturm 4, 35-41, speist die 5000, 6, 30-44, beteiligt sich an öffentlichen Debatten mit religiösen Führern, bringt direkt sein Sühnevorhaben zum Ausdruck 10, 45 und vieles mehr. Er scheut sich also nicht, seine Identität, Mission und Botschaft preiszugeben. Er fordert sogar einen geheilten Mann auf, die Nachricht zu verbreiten. Nun haben wir Jesus allerdings auch manchmal an den Stellen so, dass er das Gegenteil tut und sich verbirgt. Am hervorstechendsten sind Markus 1, 24, 1, 34 und 3, 12, Markus 1, 43, 5, 43, 7, 33-36 und 8, 22-26 sowie Markus 8, 30 und 9, 9. Neben diesen Geboten finden sich Gleichnisse Jesu, die laut Markus 4, 11-12 kontraintuitiv darauf abzielen, den Menschen die Wahrheit zu verheimlichen. Darüber hinaus deutet die wiederholte Verwendung von Menschensohnen durch Jesus seinen erhabenen Status an, für diejenigen, die Daniel gelesen haben, während er es gleichzeitig vor Außenstehenden verbirgt, die es einfach, insbesondere auf Aramäisch, als indirekte Art hören, jemand wie ich zu sagen. Schließlich wendet Jesus in seinem Prozess sowohl Schweigen als auch Selbstoffenbarung an. Die Gebote zum Schweigen sind also Teil eines umfassenderen Puzzles der Enthüllungen und Verheimlichungen Jesu. Tatsächlich folgt jeweils direkt eine bedeutende Selbstoffenbarungsszene. Nun, bei bösen Geistern folgen Jesu Gebote, Schweigen und sich nicht kundtun, Markus 1, 24, 1, 34 sowie 3, 12, dem Ruf der Geister, er sei der Heilige Gottes, 1, 24 oder der Sohn Gottes, 3, 11. Jesus verbietet ihnen also das Reden, weil sie ihn kannten, 1, 34. Offenbar haben sie als übernatürliche Wesen Einblick in die Person, die Jesus wirklich ist, den göttlichen Gott. Zu diesem Zeitpunkt wollte Jesus entweder noch nicht, dass diese Botschaft bekannt wurde, oder aber er wollte nicht, dass Dämonen sie verkündeten, oder vielleicht beides. Bei den verschiedenen Empfängern von Wundern und oder Menschenmengen, denen Jesus befiehlt, niemandem etwas zu sagen oder niemandem das zu verkünden, funktioniert das Geheimhaltungsmotiv etwas anders. Sobald Jesus auf der Bildfläche erscheint, verbreiten sich seine Lehren und Wunder wie ein Lauffeuer. Damit einher gehen alle möglichen Theorien darüber, wer er ist, einschließlich Elia oder einer der alten Propheten, ein auferstandener Johannes der Täufer und oder ein davidischer König, der Jerusalems Monarchie wiederherstellen wird. Das muss also ganz klar erst einmal im Hinterkopf behalten werden. Es scheint also, dass Jesus nach verschiedenen Wundern das Schweigen mit zwei Zielen befiehlt. Erstens versucht er möglicherweise seine Reisefähigkeit aufgrund der ständig wachsenden Menschenmengen zu verlängern, zum Beispiel Markus 6, 53-56. Tatsächlich sehen wir regelmäßig im Markus-Evangelium, wie Jesus die Einsamkeit sucht, aber von Menschenmengen oft daran gehindert wird. Er konnte sich nicht verbergen, 7, 24. Zweitens hat er möglicherweise die Verbreitung von Fehlinformationen über ihn eingedämmt, um den Verdacht seiner Gegner nicht zu erregen, zum Beispiel 6, 14. Und um zu verhindern, dass die Dinge vorzeitig außer Kontrolle geraten. Und tatsächlich sehen wir auch, dass zum Beispiel die Leute oft gemeint haben, er würde ein politisch regierender König, so dass sie dann versuchten, mit Gewalt ihn den Jüngern zu entreißen und zu krönen, wovor er sich verbarg. Mit anderen Worten, für Außenstehende besteht das Motiv der Geheimhaltung darin, zu verbergen, wer Jesus ist und wer nicht bis der richtige Zeitpunkt für seine wahre Enthüllung gekommen ist. Das bedeutet, Jesus wollte nicht einfach nur auf seine Wunder reduziert werden, so dass dann die Leute versuchten, ihn ständig zu sehen und ständig jeder daherkam, ohne dass Jesus dann seine Mission weiter und seine Reisetätigkeit weiter verfolgen konnte. Außerdem muss ja auch ganz klar gesagt werden, dass wir es bei Jesus mit jemandem zu tun haben, der eben viel Aufsehen erregte und über den dann viel gesprochen wurde. Das bedeutet, es gab so viele Spekulationen, es gab dann aufrührerische Szenen, die dann wiederum quasi Jesus gefährdeten, sein Leben gefährdeten, obwohl seine Mission noch nicht zu Ende war. Und es auch gefährdeten, dass die gesellschaftlichen Strukturen vollkommen aus den Angeln gehoben werden, weil irgendwelche revolutionären Bewegungen entstehen oder aber, wenn man ständig versucht, irgendetwas Neues zu etablieren. Bei den Jüngern Jesu nehmen die Gebote zum Schweigen eine andere Gestalt an. Die erste Instanz kommt nachdem Petrus Jesus als den Christus verkündet hat, woraufhin Jesus ihnen befahl, niemanden von ihm zu erzählen. Die zweite kommt nach der Verklärungsszene, in der Jesus sie aufforderte, bis nach seiner Auferstehung niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten. Beide Szenen enthalten eine entscheidende Offenbarung der Identität Jesu, Christus und mein geliebter Sohn, worauf Jesus sie aufforderte, niemanden von ihm zu erzählen. Die zweite kommt nach der Verklärungsszene, in der Jesus sie aufforderte, also niemanden zu erzählen, was sie gesehen haben. In diesem Stadium des Wirkens Jesu hat er begonnen, klar zu seinen Jüngern zu sprechen, damit sie verstehen, was mit ihm geschehen sollte. Dreimal macht Jesus deutlich, dass seine messianische Mission entgegen der landläufigen Meinung Ablehnung, Tod und Auferstehung mit sich bringen wird. Ja, er ist ein Wundertäter um der Christus und der Sohn Gottes, aber die große Offenbarung ist, dass er gekommen ist, um für die Sünde zu sterben. Und das ist das, was auch das Problem darstellt. Die Jünger verstehen es einfach nicht. Petrus tadelt Jesus, was zu einem Gegentadel führt. Sie verstanden das Sprichwort nicht, heißt es. Und Jakobus und Johannes streiten sich über künftige Privilegien. Tatsächlich erweisen sich die Jünger im gesamten Markus-Evangelium als Menschen, die das Ganze selbst erst einmal begreifen und verarbeiten mussten. So befiehlt ihnen Jesus das Schweigen, weil sie trotz seiner deutlichen Selbstoffenbarung immer noch nicht genau verstehen, was es eigentlich bedeutet. Was das alles eigentlich bedeutet. Und um dann letzten Endes verhindern zu können, dass Falschinformationen durch die Jünger verbreitet werden, die zwar nicht absichtlich gemacht werden, aber eben, weil sie noch nicht genau verstanden haben, was überhaupt Jesus meint. Dann muss ganz klar gesagt werden, dass Jesus dann versuchte, dies auch einem zu dämmen. Und ja, es ist nicht Jesus, der die Wahrheit verbirgt, sondern damit das Herz der Menschen. Umso passender ist Markus 16,8. Auch nach seiner Auferstehung sagten die Jüngerinnen und Jünger nichts zu irgendjemandem, denn sie fürchteten sich. Markus' Geschichte endet mit Schweigen. Zusammenfassend scheinen Jesu Gebote zum Schweigen darauf abzuzielen, die Verbreitung von Informationen über Jesus sowie deren Zeitpunkt zu kontrollieren. Er ist der Messias und göttlicher Sohn, aber das wird erst bei seinem Tod und seiner Auferstehung vollständig offenbart. Bis dahin führen die Missverständnisse stets zu kreischenden Dämonen, sich windenden Menschenmengen und stumpfsinnigen Aussagen. Aber was ist mit uns als Lesern des Markus' Evangeliums? Wir wissen von Anfang an, dass Jesus sowohl Christus als auch Sohn Gottes ist. Markus 1,1. Und wir wissen, wie die Geschichte endet. Doch auch wir kämpfen mit Unverständnis. Wir mögen uns, wie die Menschenmengen von dem Wundertätigen Jesus angezogen fühlen und seinen Aufruf zum Leiden ignorieren. Wir mögen davon fasziniert sein, wir mögen aber dann wahrscheinlich das Eigentliche aus dem Augenwinkel verlieren. Wir, wie die Jünger, wünschen uns vielleicht einen Christus nach unserem eigenen Entwurf, aber nicht den Sterbenden am Kreuz. Auch wir verspüren vielleicht den inneren Zwang, niemandem irgendetwas über den Sohn Gottes zu sagen. Das Geheimhaltungsmotiv soll uns also daran erinnern, dass das Geheimnis nicht mehr besteht. Wir stehen hinter der vollständigen Offenbarung Jesu. Nichts ist verborgen. Nach seiner Auferstehung sagt er uns in Matthäus 28,19, dass wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen sollen. Und dass wir das Evangelium jeder aller Kreatur predigen sollten. Das bedeutet, dass Jesus manchmal sagte, beziehungsweise manchmal dazu aufrief, stillschweigend zu bewahren, was dann eben nicht passiert ist, sollte der Versuch sein, gewisse Dinge zu kontrollieren. Erstens der Versuch zu kontrollieren, dass die Menschenmenge nicht außer Rand und Band gerät, weil dadurch eben verschiedenste Theorien über die Identität Jesu Christi an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und zweitens, damit dadurch seine Reisetätigkeit nicht verhindert wird, weil sie ihn ständig belagern. Weil sie ständig versuchen, ihn den Jüngern zu entreißen und dann zum König David, zum König David, den Zweiten sozusagen zu krönen. Und dadurch, dass Jesus erst vollständig im Lichte der Auferstehung offenbart werden konnte, wollte er nicht, dass Falschinformationen über ihn verbreitet werden und das zu weiterem Unmissverständnis und weiterer Verwirrung sorgt. Die Jünger selbst hatten teilweise große Verständnisprobleme und Schwierigkeiten, weshalb Jesus ihnen sagte, sie mögen doch schweigen, weil sie im Grunde überhaupt noch nicht verstehen konnten, was sie da eigentlich hörten. Das zeigt sich schon darin, wie sie sich nach dem Kreuzigungstod Jesu verhielten. Sie verzweifelten, weil sie nicht verstanden, warum der Christus eigentlich gekommen ist, warum Jesus Christus eigentlich gekommen ist. Dass der Tod am Kreuz keine katastrophale Niederlage, sondern der Auftakt zur größten Siegesgeschichte der Menschheitsgeschichte werden sollte, all das haben die Jünger noch nicht begriffen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Jesus sich erst nach und nach offenbarte. Weil seine Mission und die Tatsache, dass er überhaupt Wunder tat, erst dann verständlich wird im Lichte seiner eigenen Mission, die aber erst dann verständlich wird, wenn sie vollständig erfüllt wird. Das bedeutet, Jesus ruft nicht dazu auf, irgendeinen Geheimkult zu etablieren und Jesus ruft auch genauso wenig dazu auf, irgendetwas in Richtung dessen zu unternehmen, zu sagen, naja, trau mich jetzt nicht in die Öffentlichkeit oder was auch immer. Es geht hier um ein Ziel. Es geht hier um das Ziel, sinnvoll und so effektiv wie möglich Mission der wahren Botschaft zu verkünden. Die Jünger haben sich an das, was Jesus mit ihnen gesprochen hatte und an die Gleichnisse im Nachhinein erinnert. Sie haben es auswendig studiert, aber auswendig zu studieren bedeutet noch lange nicht, es im Herzen verinnerlicht und auch genau sowohl kognitiv als auch im Herzen verstanden zu haben. Das dauerte noch ein bisschen, doch als sie dann soweit waren und reiften und durch den auferstandenen Christus in Matthäus 28,19 nicht nur die Botschaft empfingen, diese Botschaft, das Evangelium weiter zu verbreiten, sondern auch in der Lage gewesen waren, jetzt endlich vollständig zu verstehen, was die Mission des Christus war und warum er kam, wurde dieses Stillschweigengebot aufgehalten und aufgehoben. Jetzt dürfte also reichlich klar sein, warum Jesus gute Gründe hatte, zunächst einmal von den Menschen zu verlangen, dass sie nicht irgendwie versuchen würden, das Ganze entweder nachzuahmen oder irgendwelche Falschbehauptungen über Jesus zu verbreiten und daraus irgendwelche stumpfsinnigen Aussagen, Lehren oder Taten und Handlungen abzuleiten oder daraus zu initiieren. Genauso wenig, wie es der Plan gewesen war, dass Jesus vorher noch in Schwierigkeiten kam durch irgendwelche aufrührerischen Tendenzen, ohne dass seine Mission vollständig, seine Offenbarung und das, was er hier auf Erden zu tun hatte, vollständig erledigt war. Das bedeutet, dass sich Jesus der Reihe nach schrittweise offenbarte und das zum Wohl des Menschen und das zum Wohl seiner Botschaft, seines Evangeliums, die sich dadurch weiter ungehindert ausbreiten konnte.